Zocke Baris ist die erste vorzeitige Vertragsverlängerung mit einem sehr, sehr arrivierten Spieler Maxi Hoffmann. Wie lange bleibt er bei uns und warum diese Entscheidung? Zunächst einmal freut es mich, dass der Maxi Hoffmann bei uns verlängert hat für weitere drei Jahre, sprich bis zur Saison 25. Er ist einer unserer Kapitäne, hat sich stetig weiterentwickelt und ist auch zu einer Persönlichkeit gereift und freut mich natürlich, dass er sich dafür entschieden hat, bei uns weitere drei Jahre zu verlängern. Du hast in unserer Presse-Aussendung gesagt, du darfst deine Karriere schon sehr, sehr lange begleiten. Wie lange bereits und wie hat das begonnen? Ich war damals Individualtrainer in der Akademie. Maxi war Teil der U17-Mannschaft, beziehungsweise ist er nur laufen gewesen. Ich habe ihn überhaupt nie spielen gesehen, monatelang Probleme gehabt mit dem Knie und war ziemlich eng die Entscheidung, ob er dann bei Rapid bleibt oder doch wechseln muss. Ich wollte mir den aber genauer anschauen am Fußballplatz, wie er sich bewegt, wie er spielt und nachdem ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, ich möchte gern, dass der Junge bleibt bei uns, dass er sich bei uns noch einmal weiterentwickelt, weil ich der Meinung bin, dass er über sehr viel Potenzial verfügt und das hat er dann auch eindrucksvoll für mich dokumentiert. Er wurde dann auch relativ rasch zum Stammspieler bei dir, als du Cheftrainer warst. Ab 2013 hat sich seine Karriere so entwickelt, wie du sie vorausgesehen hast, wie du ihm zugetraut hast oder ist er unter den Erwartungen geblieben oder vielleicht sogar über die Erwartungen? Schwer zu beurteilen, aber schlussendlich bin ich froh, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist und bin aber der Meinung, dass noch ein bisschen mehr drinnen ist, also dass da aufgrund seiner Möglichkeiten noch ein paar Schritte zu gehen sind, weil der Entwicklungsprozess ist auch bei ihm bei weitem noch nicht abgeschlossen und ich erwarte mir den nächsten Step, was die Persönlichkeit betrifft, dass er einer der Chefs ist auf dem Platz und auch in der Kabine und das sind so diese Schritte, die er noch machen sollte, meiner Meinung nach. Vielen Dank und weiterhin viel Erfolg bei den Vertragsverlängerungsgesprächen und was auch immer gerade am Programm steht. Ich glaube, Fahrt ist da momentan nicht. Nein, aber es ist okay, es macht trotzdem Spaß, obwohl die Intensität sehr hoch ist, aber wir lassen uns da nicht beunruhigen, sondern das Wichtigste ist, dass wir zusammenhalten und deshalb bin ich positiv gestimmt, was die nächsten Monate betrifft. Ja, Christoph Besche, gemeinsam mit dem Soran Parasic, habt ihr jetzt das finalisieren können, was ihr schon angekündigt habt. Maxi Hoffmann bleibt über seinen ursprünglichen Vertrag Sommer 2022 dem SK Rapid erhalten. Wie ist aus deiner Sicht das gelaufen, das wirtschaftliche? War das eine schwierige Aufgabe mit dem Maxi und seinem Management? Ja, wir freuen uns, dass es gelungen ist. Der Maxi ist ein Vollblut-Rapidler, seit Kindesaltern bei uns tätig. Vom Nachwuchs bis hin zur Kampfmannschaft, jetzt auch einer der Kapitäne, insofern ein sehr wertvoller Spieler für Rapid. Es wissen alle um die nach wie vor sehr herausfordernde Corona-Situation und insofern ist es, denke ich, eine gute Lösung im Sinne aller Beteiligten, die uns hier gelungen ist und das freut uns sehr. Wie wichtig ist es aus deiner Sicht, dass man Spieler wie der Maxi Hoffmann in der Profimannschaft hat, die wirklich fast alle Nachwuchsauswahlen durchlaufen haben und das gespürt man einfach. Auch der identifiziert sich ja tausendprozentig mit seinen grün-weißen Farben. Ja, ich glaube, dass es gerade bei Rapid einfach wichtig ist, dass du auch einige Persönlichkeiten hast, die auch eine Identität mit dem Verein haben, auch mitgeben können, was es bedeutet für Rapid zu spielen, auch die Herausforderungen, die es so bei Rapid gibt. Und insofern ist er wie auch andere, die diese Rolle auch inne haben, sehr, sehr wichtig und insofern freut es mich auch sehr, dass es gelungen ist, dass wir zumindest bis Sommer 2025 gemeinsam weiter zusammenarbeiten. Ich sage vielen Dank. Wir werden in einem gesonderten Beitrag ein etwas längeres Thema, ein bisschen abseits von Spielern machen. Es gibt ja viele, viele andere Themen. Das gibt es dann natürlich auch auf Rapid TV, aber an anderer Stelle. Danke, Christoph. Sehr gerne. Danke auch.